Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Es ist heute die sechste Sitzung und wir wollen uns heute anschauen, wie eigentlich unser Nervensystem als Gesamtes strukturiert ist. In der letzten Sitzung haben wir ja die Hormone kennengelernt, also Übertragungsstoffe in unserem Körper, die die Interaktion zwischen Nervenzellen und Organen oder Zwischenorganen realisieren. In der Woche davor haben wir ja schon kennengelernt die Konzepte der chemischen Synapse und der Neurotransmitter und heute wollen wir diese ganzen Informationen in ein Gesamtbild bringen und es anschauen, wie eigentlich unser Nervensystem als Gesamtes strukturiert ist. Dazu schauen wir uns heute an, wie unser Nervensystem aufgebaut ist, also was die einzelnen Bestandteile sind und welche einzelnen Funktionen diese Bestandteile übernehmen. Wir schauen uns auch an, wie unser Nervensystem versorgt und geschützt wird und welche unterschiedlichen Zellen wir in unserem Nervensystem haben, um dann eben am Ende eine Übersicht, eine grobe und feine Unterteilung unseres Nervensystems in funktioneller Einheiten kennenzulernen. Hier der Hinweis, wenn Sie genauer kennenlernen wollen, wie eigentlich so eine Zelle aufgebaut ist, dann kann ich Ihnen hier das Allen Institute empfehlen, hier mit dem Link allencell.org, die hier sehr schöne dreidimensionale Modelle von Zellen bereitstellen, wo man sich also sehr schön anschauen kann, sehr schön visualisieren kann, wie eigentlich so eine Nervenzelle aufgebaut ist. Fangen wir zunächst einmal ganz grob an. Wie können wir unser Nervensystem strukturieren? So eine Präparation des Nervensystems hatte ich Ihnen ja schon ganz am Anfang unserer Vorlesungsreihe präsentiert. Heute hier mal hier im Modell. Wir können unser Nervensystem ganz grob gliedern in zwei Aspekte, nämlich unser zentrales Nervensystem und unser peripheres Nervensystem. Das zentrale Nervensystem, hier in lila dargestellt, das umfasst unser Gehirn und unser Rückenmark und wiederum Gehirn und Rückenmark können wir wieder in einzelne funktionelle Einheiten gliedern. Genauso unser peripheres Nervensystem besteht aus unseren Spinalnerven, den Hirnnerven und den Körpernerven. Und auch hier wieder können wir eine ganz bestimmte funktionelle Unterteilung, funktionelle Strukturierung vornehmen. Schauen wir uns als erstes mal unser zentrales Nervensystem an. Unser zentrales Nervensystem besteht aus unserem Gehirn und unserem Rückenmark. Zu unserem Gehirn gehört natürlich unser Großhirn, unsere Großhirnrinde, die subkortikalen Strukturen, also beispielsweise Thalamus, Hypothalamus, unser Kleinhirn, unser Hirnstamm, der den Übergang zum Rückenmark darstellt und zu guter Letzt natürlich unser Rückenmark, das in der Wirbelsäule verlautert. Zu unserem peripheren Nervensystem gehören grob zwei Anteile, nämlich unser somatisches Nervensystem, mit dem wir unseren Körper versorgen, also die Körpernerven, die beispielsweise in unsere Extremitäten ziehen, mit denen wir sensorische Informationen aus unserem Körper aufnehmen und motorische Informationen an unseren Körper abgeben. Und zum anderen unser autonomes Nervensystem, das viszerale Nervensystem, das unseren Rumpf, unser Körperinneres versorgt, das hier dann vor allem für die Steuerung von beispielsweise Herzschlag, Lungenaktivität, Darmaktivität relevant ist. Wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, da hatten wir kurz Sympathikus und Parasympathikus kennengelernt, also Sympathisches und Parasympathisches Nervensystem, die hier beispielsweise Teile des autonomen Nervensystems sind und die Erregung und Hemmung in unserem Körper steuern und hier also ein Gleichgewicht aus erregenden und hemmenden Prozessen bereitstellen. Manchmal wird noch abgegrenzt unser Darmnervensystem als eigenes Konstrukt. Also das ist hier so, auch die Einteilung ist nicht so ganz eindeutig. Genauso hatte ich in der letzten Woche kurz gesagt, dass wir beispielsweise unsere Nebenniere, unseren Nebennierenmarkt ja eigentlich als Teil unseres zentralen Nervensystems betrachten können, denn das ist genau so eine Steuerungseinheit, eine Übergangseinheit zwischen unserem zentralen Nervensystem und unserem peripheren, in dem Fall autonomen Nervensystem. Also diese Einteilung, die ist je nach Betrachtungsweise nicht immer hundertprozentig einheilig. Unser Nervensystem, sowohl unser zentrales als auch peripheres Nervensystem, muss natürlich versorgt werden. Wir haben Nervenzellen und diese Nervenzellen müssen mit Nährstoffen versorgt werden, sie müssen auch vor äußeren Einflüssen geschützt werden. Und wir wollen uns das jetzt mal hier exemplarisch für das zentrale Nervensystem anschauen. Unser zentrales Nervensystem, unser Gehirn, unser Rückenmark, wird durch verschiedene Häute eingehüllt, umhüllt und geschützt. Hier auf dem Bild sehen Sie die Häute, die beispielsweise unser Gehirn umschließen. Da haben wir zum einmal die sogenannte Duramata, die harte Hirnhaut. Da haben wir dann unterhalb von dieser Duramata haben wir einen Zwischenraum, in dem dann beispielsweise Adern liegen. Dann kommt die sogenannte Arachnoidmembran, die aus Bindegewebsfasern besteht, um dann eben anschließend noch die sogenannte weiche Hirnhaut, die Piamata zu haben, die dann direkt auf der Hirnoberfläche aufliegt. Sie sehen also, unser Gehirn, das liegt nicht einfach so in unserem Schädel drin, sondern das wird durch unterschiedliche Häute, durch unterschiedliche Gewebe vor äußeren Einflüssen geschützt, um auch hier dann versorgt zu werden. Schauen wir uns hier nochmal im Hirnschnitt das Ganze an. Sie sehen hier auf dem Bild eben ein Schnitt durch den Schädel, wo Sie dann sowohl die Adern sehen, die Blut versorgen und auch nochmal genau diese Schicht, diesen Schichtenaufbau der unterschiedlichen Hirnhäute dargestellt sehen. Also nochmal, wir haben unsere Haut auf unserem Schädel, dann kommt unser Schädelknochen, unterhalb des Schädelknochens dann eben die Duramata, dann haben wir diesen Zwischenraum, dann haben wir die Arachnoidmembran und dann eben die Piamata, die eben quasi hier mehrere Schichten, mehrere Schutzschichten hier realisieren. Das heißt, unser Gehirn, das schwimmt nicht einfach so in unserem Schädel herum, sondern das ist eingebettet in diese unterschiedlichen Hirnhäute und ist durch diese unterschiedlichen Hirnhäute sowohl vor Schlägen, vor Stößen geschützt, aber eben auch vor Fremdkörpern, vor äußeren Einflüssen. Vor allem dieser subturale Raum hat auch eine ganz besondere Versorgungsrolle, denn hier finden wir beispielsweise die Hirnflüssigkeit, die eben hier die cerebrospinale Flüssigkeit, die hier beispielsweise für den Versorgung und Abtransport von Giftstoffen oder Nährstoffen eine große Rolle spielen. Diese Cerebrospinalflüssigkeit, die finden wir nicht nur in diesem subturalen Raum, sondern die finden wir auch in den sogenannten Ventrikeln. Diese Ventrikeln, das sind Hohlräume, das sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Inneren unseres Gehirns, die sowohl eine Stützfunktion, also eine Stabilisierungsfunktion haben, als auch hier für die Versorgung unseres Gehirns eine ganz große Rolle spielen. Die Ventrikel, die hatten wir schon mal ganz kurz kennengelernt, ganz kurz angesprochen, als wir die unterschiedlichen Zellen in unserem Nervensystem besprochen hatten. Da hatten wir die sogenannten Ependymalzellen besprochen, eine Klasse von Gliazellen, die wir beispielsweise an den Ventrikeln, an den Wänden, an den Rändern der Ventrikel haben und die ganz relevant sind für den Nährstoff- und Giftstoffaustausch, zwischen Gehirn und Ventrikeln. Also hier haben wir eben Gliazellen am Rand dieser Ventrikel, die beispielsweise dann hier Nährstoffe aufnehmen und auch Giftstoffe, die aus den Nervenzellen abgebaut wurden, dann hier, oder Abbauprodukte, dann hier an die Zerebrospinalflüssigkeit abgeben. Diese Ventrikel, die teilen wir in vier unterschiedliche Bereiche ein. Wir haben eben einmal die lateralen Ventrikel, die relativ großen Hohlräume in der Mitte des Gehirns. Dann haben wir eben das dritte Ventrikel, das dann genau in der Mitte des Gehirns liegt und das vierte Ventrikel, das dann Richtung Rückenmark runterzieht. Wir werden das gleich auch in unterschiedlichen Ansichten noch genauer sehen, wo eigentlich diese ganzen Ventrikel liegen. Schauen wir uns das mal im Schnitt durch das Gehirn an. Wir schauen jetzt also gerade jetzt von vorne auf unser Gehirn drauf. Dann sehen wir unsere beiden Hemisphären, also die beiden Seiten unseres Großhirns in der Mitte der Balken, also die Verbindung zwischen den Großhirnhemisphären. Und dann sehen wir eben hier die beiden Lateralventrikel, die eigentlich genau in der Mitte des Gehirns paarig angeordnet liegen. Drunter eben dann ein drittes Ventrikel, das dann eben nicht mehr paarig angeordnet ist und das dann eben übergeht dann zum vierten Ventrikel, was wir dann auf Höhe des Kleinhirns am Übergang zu unserem Rückenmarken befinden. Wir müssen natürlich nicht nur Giftstoffe oder Abbauprodukte aus unserem Gehirn abtransportieren über die Cerebrospinalflüssigkeit, sondern wir müssen unser Gehirn ja auch irgendwie versorgen. Und für diese Versorgung, da ist unser Blutgefäßsystem von ganz zentraler Bedeutung. Hier sehen Sie mal auf so einer Darstellung, wie sich das Blutgefäßsystem eigentlich in unserem Gehirn verteilt. Da haben wir Arterien, Arterien, das sind ja die Adern, die Blut vom Herzen weg transportieren. Also hier die Arterien, die eben hier das Blut aufsteigend hier über ihre Halsschlagadern in das Gehirn hoch transportieren. Die können Sie auch selber bei sich ertasten. Wenn Sie also mal hier rechts und links an Ihren Hals hintasten, dann können Sie da eben Ihren Puls spüren, also den Herzschlag spüren, der eben jetzt hier Blut in Ihr Gehirn kommt. Und diese aufsteigenden Arterien, die kommen hier an der Rückseite der Temporallappen, kommen die an und verzweigen sich von da dann auf die gesamte Großhirnrinde, auf die ganze Großhirnoberfläche und gehen dann von da eben in die einzelnen Bereiche, in die einzelnen Furchen in unser Gehirn hinein. Ganz wichtig, das sind eben hier diese Adern, die bewegen sich eben hier in diesem Zwischenraum zwischen den Hirnhäuten. Wir haben es vorhin gerade auf der Abbildung gesehen. Schauen wir uns das Ganze mal von der Innenseite des Gehirns an. Auch hier sehen Sie natürlich, wir haben diese Arterien nicht nur auf der Oberfläche unseres Gehirns, also nicht nur hier, nicht nur außen an der Oberfläche, sondern natürlich auch hier an der Innenseite unseres Gehirns, also quasi überall da, wo wir quasi eine Hirnoberfläche haben, da finden wir diese Adern, diese Arterien. Ganz wichtig dabei, wir haben natürlich eine Blut-Hirn-Schranke, also unser Nervensystem, unser Gehirn ist nicht direkt mit dem Blut verbunden, sondern wir haben hier um unsere Blutgefäße drumherum eine Umhüllung, eben unsere Gliazellen, Muskelzellen um diese Adern drumherum und dann Gliazellen. Und diese Gliazellen, die sind dann relevant dafür, die Nährstoffe aus dem Blut herauszuziehen und an unser Gehirn abzugeben. Also wir haben keine direkte Verbindung zwischen unserem Blutgefäßsystem und unserem Gehirn. Es gibt natürlich Giftstoffe, die können diese Blut-Hirn-Schranke überwinden. Denken Sie beispielsweise an Mikotin, Cannabis. Das sind alles Stoffe, die können diese Blut-Hirn-Schranke überwinden, können hier also direkt dann aufs Zentral-Nerven-System wirken. Aber in der Regel wirkt diese Blut-Hirn-Schranke als Schutz unseres Zentral-Nerven-Systems vor Stoffen, die hier in unserem Blut-System gelöst sind. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen zum Schutz und zur Versorgung unseres Zentral-Nerven-Systems, haben wir unterschiedliche Mechanismen. Wir haben zum Schutz erstmal ganz grob drumherum unsere Hirnhäute, diese Hirnhäute, die umschließen unser gesamtes Zentral-Nerven-System. Also sowohl unser Gehirn als auch unser Rückenmark. Wir haben quasi also ein eingepacktes System in diesen Hirnhäuten. Und diese Hirnhäute schützen unser Gehirn, unser Zentral-Nerven-System vor äußeren Einflüssen und vor Verletzungen. Zwischen den Hirnhäuten liegen unsere Blutgefäße. Sie sehen es hier nochmal in der Abbildung. Und diese Blutgefäße sind eben relevant für die Sauerstoff-Nährstoff-Versorgung unseres Gehirns. Aber wir haben hier eine Blut-Hirn-Schranke, also eine Trennung zwischen Blutgefäß-System und Nerven-System. Außerdem haben wir eben noch unsere Zerebrospinal-Flüssigkeit, also unsere Hirnflüssigkeit, die wir sowohl um das Gehirn drumherum in diesem Zwischenraum zwischen den Hirnhäuten haben und auch in den Ventrikeln. Und diese Zerebrospinal-Flüssigkeit, diese Hirnflüssigkeit, die ist ganz relevant für den Abtransport von Giftstoffen, von Abbauprodukten und eben auch die Versorgung mit Nährstoffen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie eigentlich die einzelnen Bereiche unseres Gehirns in funktionelle Einheiten gegliedert sind. Diese Untersuchung der funktionellen Einheiten unseres Gehirns, die hat eine relativ lange Tradition. Die wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert, da hat man dann angefangen, sich mal genauer anzuschauen, wie eigentlich unser Gehirn aufgebaut ist. Wir hatten ja schon diese unterschiedlichen Färbemethoden kennengelernt, mit denen dann tatsächlich mal unterschiedliche Anteile von Nervenzellen dargestellt werden konnten. Und beispielsweise Paul Flexig hat sich dann eben angeschaut, wie unterschiedliche Bereiche des Gehirns mit unseren Myelin, also mit diesen Umhüllungen um die Axone drumherum geschützt sind. Hatte sich also angeschaut, welche Bereiche sind wann in unserer Entwicklung myelinisiert und hat dabei dann unterschiedliche funktionelle Einheiten identifiziert, nämlich Bereiche, wo wir eben myelinisierte Axone haben und Bereiche, wo wir keine myelinisierten Axone haben und sich auch angeschaut, wie sich diese Myelinisierung, dieser Schutz um die Axone in der Entwicklung verändert. Der hat eben beispielsweise herausgefunden, dass unsere primär sensorischen Areale, also beispielsweise unser visueller oder auditorischer Kortex, recht früh in der Entwicklung schon myelinisiert sind, aber wir haben dann auch Grenzbereiche und vor allem spätere Bereiche, die erst später myelinisiert werden, wie beispielsweise unseren Frontallappen oder diese Assoziationsareale, wo wir unterschiedliche Informationen miteinander kombinieren. Genauso hat dann beispielsweise Korbinian Brotmann untersucht, wie man anhand der Morphologie, also anhand der Form von Nervenzellen, einzelne funktionelle Bereiche im Gehirn definieren kann. Und er hat dann hier anhand ganz grober struktureller Einheiten und ganz feiner struktureller Informationen, also der Form und des Aufbaus von Nervenzellen, Karten für unser Gehirn erstellt, die dann quasi jedem Bereich auf unserem Gehirn, auf unserem Neokortex und auch auf subkortikalen Arealen dann eine ganz bestimmte Nummer zuweisen, die sogenannten Brotmann-Areale. Und diese Brotmann-Areale, die waren so wegweisend, die hat er 1913 veröffentlicht, die verwenden wir auch heute noch und sagen beispielsweise, dass der primäre visuelle Kortex, den wir hier hinten sehen, das ist das Brotmann-Areal 17 oder unser auditorischer Kortex, das ist das Brotmann-Areal 41. Also er hat hier quasi anhand von anatomischen Gegebenheiten funktionelle Bereiche definiert. Diese funktionelle Spezialisierung, die wurde dann mit Weiterentwicklung von Methoden dann auch weiter getrieben, bis dann beispielsweise Cécile und Oskar Faulk-Meunier tatsächlich einzelne funktionelle Karten erstellt haben. Die haben dann beispielsweise über elektrische Stimulation von einzelnen Gehirnbereichen untersucht, welche Funktionen haben denn eigentlich diese einzelnen Hirnbereiche, um dann eben genau einzelne Funktionen zuzuweisen. Und die haben ja auch zuerst einmal postuliert, dass unser Gehirn, unser Neokortex, nicht einheitlich aufgebaut ist, sondern aus unterschiedlichen funktionellen Schichten besteht. Also sie haben hier diesen sechsschichtigen Aufbau unseres Neokortex postuliert. Außerdem haben sie ganz bedeutende subkortikale Strukturen identifiziert, beispielsweise die Basalganglien oder die Unterstrukturen des Thalamus, die wir im weiteren Verlauf dieser Vorlesung noch kennenlernen. Wir werden uns jetzt mal genauer anschauen, wie denn eigentlich unser Neokortex, also die Großhirnrinde, aufgebaut ist. Und hier möchte ich Sie nochmal daran erinnern, was wir in den ersten Sitzungen kennengelernt haben, nämlich diese unterschiedliche Struktur von Nervenzellen, anhand derer wir ja unterschiedliche Funktionen definieren können. Da hatten wir mal unser Beispiel-Neuron kennengelernt, das wo wir die Dendriten, den Zellkörper und das Axon haben. Und diese Form zwischen Dendriten, Zellkörper und Axon, die ist ja je nach Funktion so ein bisschen anders. Also die sieht bei Motorneuronen anders aus als beispielsweise bei sensorischen Neuronen. Und jetzt hier im Neokortex ganz relevant sind vor allem die lokalen Interneuronen und die Projektionsinterneuronen. Denn unser Neokortex ist ganz stark verschachtelt, ganz stark verschaltet. Also hier geht es sehr stark um die Informationsweiterleitung zwischen einzelnen Bereichen in unserem Neokortex. Und dafür sind eben diese Interneuronen relevant, die Projektionen über kurze Distanzen vornehmen und die Projektionsneuronen, die Projektionen, also Verbindungen über lange Distanzen vornehmen. Unser Neokortex ist aufgebaut aus unterschiedlichen Zellen. Sie sehen das hier mal in der mikroskopischen Aufnahme. Da haben wir zwei Bereiche, die hier rot umrandet sind. Einmal einen mit I bezeichnet und einmal einen mit P bezeichnet. Der mit I bezeichnete Bereich, das ist ein Interneuron, also eine Verbindung zwischen benachbarten Nervenzellen. Das mit P bezeichnete Neuron, das ist eine Pyramidenzelle, also eine Projektionsfaser, die eben Informationen hier entweder von unserer Umgebung aufnimmt oder an unsere Umgebung abgibt oder eben so lange Verbindungen zwischen unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns vornimmt. Hier im Schaubild sehen Sie auch nochmal diese unterschiedlichen Klassen von Nervenzellen, die wir hier in unserer Großzellenrinde in unserem Neokortex vorfinden. Eben unsere Pyramidalzellen, diese Projektionsfasern und dann eine ganze Klasse von Interneuronen, wie diese Basket Cells, die Chandelier Cells oder hier diese unterschiedlichen Verschaltungsstrukturen. Schauen wir uns mal jetzt diesen sechsschichtigen Aufbau unseres Neokortex im Detail an. Unser Neokortex, der ist aus sechs Schichten aufgebaut, die jeweils unterschiedliche morphologische, also strukturelle Eigenschaften haben, die aber auch unterschiedliche Funktionen einnehmen. Ich habe es Ihnen hier mal aufgelistet. Fangen wir mal von außen an, also von unserer Großhirnrinde an. Da haben wir zunächst mal oben die sogenannte Molekularschicht, bei der wir kleine Zellkörper vorfinden. Drunter haben wir dann die zweite Schicht, die äußere Körnerschicht, die auch gekennzeichnet wird durch kleine Zellkörper und relativ kurze Verzweigungen. Also haben wir eben kurze lokale Interneuronen, die aber sehr stark verschaltet sind. Da haben wir sehr viele Verzweigungen. Darunter haben wir dann die dritte Schicht, die äußere Pyramidenschicht. Und diese äußere Pyramidenschicht, da finden wir dann diese Pyramidenzellen mit relativ großen Zellkörpern vor, die dann Informationen projizieren. Also hier geht es nicht um die laterale, also um die seitliche Verschaltung von Informationen, sondern um die Projektion von großen, über größere Distanzen hinweg. Dann haben wir wieder eine Körnerschicht, also wieder eine Schicht, wo wir relativ kleine Nervenzellen, kleine Zellkörper haben, die wieder für kurze Distanzen relevant sind, also für die seitlichen, für die lateralen Verbindungen relevant sind. Dann kommt wieder eine Schicht von Pyramidenzellen, die sogenannte innere Pyramidenschicht. Da haben wir eben auch wieder diese Projektionsfasern, die hier eben durch den gesamten Myokortex hindurchziehen. Und dann haben wir zu guter Letzt die sechste Schicht, die sogenannte Multiforme Schicht, die dann eben eine Mischform ist. Da haben wir sowohl Verbindungen zu anderen Bereichen in unserem Myokortex, also zu anderen Schichten, aber eben auch horizontale, laterale Verbindungen. Ich hatte es gerade erwähnt, unser Myokortex ist in der Regel aus sechs Schichten aufgebaut. Der ist nicht immer aus sechs Schichten aufgebaut, es gibt ganz bestimmte Bereiche, da besteht er auch beispielsweise nur aus vier oder drei Schichten, beispielsweise im olfaktorischen System, also in dem Bereich, der für unseren Geruch zuständig ist. Da ist er nur aus drei Schichten aufgebaut, genauso in unserem Hippocampus. Auch da ist der Kortex nur aus drei Schichten aufgebaut. Wir können diese Anzahl von Schichten als Indikator dafür nehmen, wie phylogenetisch alt, also wie entwicklungsgeschichtlich alt oder jung dieser Kortex ist. Je jünger, je später dieser Bereich des Gehirns ausgebildet wurde, desto mehr Schichten hat er auch in der Regel. Also beispielsweise unser sechsschichtiger Neokortex ist erst entwicklungsgeschichtlich relativ jung. Unser olfaktorisches, unser Geruchsystem, es hat weniger Schichten. Das ist also entwicklungsgeschichtlich eher ein älteres System. Das finden wir auch bei primitiveren Lebenslebewesen, bei anderen Spezies, in genau der gleichen Erfahrung. Dieser sechsschichtige Aufbau, der ist aber auch in unserem Neokortex nicht überall gleich, sondern diese unterschiedlichen Schichten, die wir in unserem Neokortex haben, die haben ja unterschiedliche Aufgaben. Und je nach funktioneller Spezialisierung eines Gehirnbereiches, sind auch diese unterschiedlichen Schichten unterschiedlich ausgeprägt. Wir sehen es hier mal, diese funktionelle Unterteilung der einzelnen Schichten. Da sind vor allem die Schichten 2, 3, 4 und 5 relevant. Wir hatten es ja gesehen, 2 und 4, das sind die Körnerschichten, 3 und 5, das sind die Pyramidenschichten. Und genauso können wir sagen, dass auch diese unterschiedlichen Schichten eine unterschiedliche Relevanz haben für den Ein- und Ausgang von Informationen in unser zentralen Nervensystem. So ist beispielsweise die zweite Schicht eine afferente Schicht, also die äußere Körnerschicht. Das ist eine afferente Schicht, da kommt also Information von außen hier an. Die dritte Schicht, die äußere Pyramidenschicht, die ist efferent. Also efferent bedeutet, hier geben wir Informationen ab. Dann haben wir wieder eine Körnerschicht, die diesmal innere Körnerschicht, die ist wieder afferent, da nehmen wir wieder Informationen auf. Und dann haben wir eine fünfte Schicht, die innere Pyramidenschicht, die ist wieder efferent. Wir haben also unterschiedliche Aufgaben, wie hier unterschiedliche Informationen ausgetauscht werden. Und so haben wir auch eben in unterschiedlichen funktionellen Bereichen eine unterschiedliche Ausprägung der Schichten. Beispielsweise im primären motorischen Kortex. Den primären motorischen Kortex, den finden wir hier vor, hier ist die Zentralfurcht im Gehirn, und davor finden wir unseren primären motorischen Kortex. Und dieser primäre motorische Kortex, der ist ganz relevant dafür, dass wir Informationen aus unserem Gehirn an unser Rückenmark und unsere Peripherie abgeben. Das heißt, hier haben wir eine ganz besondere Bedeutung der efferenten Information. Und hier ist auch beispielsweise diese dritte Schicht, die dritte, also die äußere, die dritte Schicht, diese Pyramidenschicht, besonders ausgeprägt. Andersrum haben wir beispielsweise im primären visuellen Kortex, also hier in unserem visuellen System, da wird ja sehr viel Information aufgenommen. Und da ist diese dritte Schicht, diese efferente Schicht, die ist eigentlich nicht so wirklich wichtig. Da müssen wir nicht so wirklich viel Information abgeben, sondern da müssen wir viel Information aufnehmen. Und deswegen ist beispielsweise hier diese vierte Schicht, diese afferente Schicht, mit der wir Informationen aufnehmen, die ist hier besonders ausgeprägt. Ganz wichtig dabei, diese efferenten und afferenten Informationen, die beziehen sich sowohl auf die Informationen, die wir von außen aufnehmen und nach außen abgeben, aber die beziehen sich auch auf die Kommunikation mit beispielsweise subkortikalen Arealen, wie dem Thalamus oder dem Hypocampus. Diese unterschiedlichen Schichten in unserem Nervensystem sind also relevant, sowohl für die Kommunikation zwischen unserem zentralen Nervensystem, Rückenmark- und peripheren Nervensystem, aber auch ganz zentral, ganz relevant für die Kommunikation innerhalb unseres zentralen Nervensystems. Und hier sind zwei Konzepte ganz wichtig, nämlich einmal die aufsteigende, die Feed-Forward-Information und einmal die absteigende, die Feed-Back-Information. Feed-Forward, aufsteigende Information, beschreibt die Information, die von einem Areal nach oben in der Hierarchie weitergeleitet wird. Beispielsweise hier kommt Information aus unseren sensorischen Arealen, kommt hier in der Schicht 2 an, wird dann von der Schicht 2 in die Schicht 3 weitergeleitet und dann ziehen hier aus diesen oberen Schichten, den Schichten 1 bis 3, dann Axone in die Schicht 4 weiter. Und zwar in Schicht 4 eines in der Hierarchie weiter oben stehenden, eines höher angeordneten Areals. Also beispielsweise in unserem visuellen Kortex, da haben wir unseren primären visuellen Kortex, da kommt Information aus unserer Umwelt an und die wird dann verarbeitet erstmal in diesen oberen Schichten und dann wird die Information vom primären visuellen Kortex in den sekundären visuellen Kortex weitergeleitet und eben die Information wird hier in der dritten Schicht entspringt die und läuft dann in die vierte Schicht des nächsten Areals ein. Das heißt, hier in höher gelegenen Arealen enden die Informationen, die Informationen kommen hier immer in der vierten Schicht an. Das gegenteilige und gegenteilige Prozess haben wir natürlich auch. Wir haben auch absteigende Verbindungen, also dass in der Hierarchie höher gelegenen Areale absteigende Informationen auf primär sensorische Areale zurückspiegeln. Das ist dann genau der gegenteilige Weg. Da entspringt dann diese Information in diesen höher gelegenen Arealen in den tiefen Zellschichten, beispielsweise in den Schichten 5 und 6 und die Axone ziehen dann eben aus den Schichten 5 und 6 in sowohl die Schicht 1 als auch die Schicht 6 der in der Hierarchie nachgeschalteten Areale. Da haben wir also dann eine relativ diverse Aufspaltung der Informationen. Aber diese beiden Konzepte, Feed-Forward, also aufsteigende Information, und Feedback, absteigende Information, die sind ganz zentral für die Arbeit in unserem Nervensystem. Denn Information in unserem Nervensystem, die wird in der Regel nicht linear verarbeitet, also da geht es nicht von einem Areal zum nächsten, sondern wir haben hier ganz viele Feedback- und Interaktionsschleifen. Also beispielsweise in unserem visuellen System, Information, die wir aufnehmen, wird im primären visuellen Kortex verarbeitet, wird dann weitergeleitet in die höheren Areale, in die Hierarchie höher gelegten Areale im visuellen Kortex. Und diese höher gelegten Areale, die schicken Informationen zurück, die dann wiederum die Arbeit des primären visuellen Kortex beeinflussen. Genauso werden wir es gleich kennenlernen, haben wir in unserem motorischen System, zum Beispiel die Basalgangnien, also eine Anzahl, eine Zusammensetzung von Hirnnervenkernen, die sich alle hierarchisch gegenseitig beeinflussen, und hier so ein ganz komplexes Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Informationen realisieren. Damit sind wir am Ende des ersten Teils dieser Vorlesung und jetzt schauen wir uns gleich im zweiten Teil genau an, welche Aufgabe eigentlich die einzelnen Anteile unseres zentralen Nervensystems haben. und jetzt sehen wir uns gleich im zweiten Teil des Teils dieser Vorlesung. Und jetzt schauen wir uns gleich im ersten Teil des Teils dieser Vorlesung. Vielen Dank.